Ein sensationeller Kampf geht zu Ende und ist zu Ende gegangen. Wir haben eine Entscheidung gefunden. Wir haben Ring, Punktrichter, Spickzettel, also Ringrichter 1. Punktrichter 1 wertet die Begegnung 38 zu 39, laue Ecke. Ring, Richter 2, 39 zu 38, rote Ecke. Ring, Richter, Spannung, Zeit. Wir haben eine Entscheidung. Nach einmal, folgt. Ring, Richter 3 wertet 39 zu 38, rote Ecke. Ja, ja, ja. Ja. Ring, Richter, Spannung.